Im letzten Abschnitt schauen wir uns noch ein bisschen asymptotische Notationen an. Da werde ich ein bisschen schneller drüber gehen, weil Sie das vermutlich schon recht gut kennen. Ich möchte aber einerseits eine etwas andere Definition geben als die übliche, die ich für deutlich angenehmer halte, für das Verallgemeinern und auch für die üblichen Beweise, die man da macht. Und noch so ein paar Randbemerkungen. Abgesehen davon ist es immer gut, das nochmal kurz aufzufrischen. Dann hat es auch jeder nochmal parat. Vielleicht können wir da kurz einsteigen. Ich würde es aber jetzt nicht allzu sehr in die Länge ziehen, um quasi nochmal zu verifizieren, dass das noch halbwegs sitzt. Ja, die Frage ist so gestellt, dass im Prinzip nur eine Antwort passt, was jetzt auch schon vielleicht ein Hinweis ist. Wenn ich mir da die Antworten so anschaue, dann ist das relativ einfach. 5, 4, 3, 2, 1, okay. Also die überwältigende Mehrheit. Kennt das? Ich sage jetzt nichts dazu, wir kommen ja gleich zu den Definitionen. Ganz kurz vielleicht aber nochmal, warum machen wir das überhaupt? Warum Asymptotiken und warum diese O-Notation und all diese Dinge? Abgesehen davon, dass das immer beliebte Klausuraufgaben sind, was ist der Sinn dahinter? Wenn wir Algorithmen vergleichen, dann haben wir öfter das Problem, dass die formal unvergleichbar sind. Wenn ich Sie frage, was ist der schnellste Weg, um irgendwo hinzukommen, dann ist die schnellste Art, sich fortzubewegen. Dann könnte das vielleicht ein ICE sein oder es könnte zu Fuß sein oder das Fahrrad. Das hängt so ein bisschen daran, wie lang wir uns denn vorhaben zu bewegen und ob es da schon eine Schiene gibt. Also meine Analogie soll sagen, wenn Sie erst die Zugstrecke bauen müssen und Sie nur 10 Kilometer weit wollen, ist vielleicht das Fahrrad nicht die schlechteste Idee. Wenn Sie natürlich von hier nach Berlin wollen, dann ist der ICE besser als zu laufen. Das kommt immer ein bisschen auf den Kontext an. Für Algorithmen gilt das auch. Für manche Probleme gibt es verschiedene Algorithmen und manche sind schnell programmiert und sind auch gut genug für kleine Eingaben, sind aber eben skalieren nicht gut genug für die großen Eingaben, die Sie vielleicht im Kopf haben. Und die kleinen Eingaben sind meistens nicht besonders spannend, weil man da auch nicht sehr viel gewinnen kann. Das heißt, wir werden in der Analyse von Algorithmen eigentlich immer große Eingaben im Blick haben, denn das sind die, wo es sich auch lohnt, was zu tun. Das heißt aber auch, wenn wir Algorithmen nur auf diesen großen Eingaben wirklich interessant finden, dann macht es Sinn, von manchen Details zu abstrahieren. Und das ist eben das, was Asymptotiken tun. Das ist eine Approximation in der Nähe von unendlich. Und das klingt erstmal ein bisschen seltsam, aber mathematisch ist das genau, was eine asymptotische Approximation versucht. Als erfundenes Beispiel ist hier eine Funktion aufgeschrieben, die kompliziert aussieht. Und hier ist so ein Lot davon. Und hier ist eine sehr viel einfachere Funktion und die sind fast gleich groß. Und in dem Fall sogar für alle Eingabegrößen. Die werden sich so ein bisschen auseinander bewegen, aber wenn man quasi die relative Abweichung anschaut, dann werden sie eher besser als Annäherung. Das ist das Ziel, warum wir Asymptotiken verwenden. Wir wollen Dinge vereinfachen und wir wollen von Details abstrahieren, die nicht interessant sind. Das sollte man aber auch im Hinterkopf behalten, dass das das Ziel bleibt. Dann gibt es in der Informatik eine Reihe von solchen asymptotischen Approximationen. Und da gibt es verschiedene, die auch verschiedene Eigenschaften haben. Eine, die man nicht ganz so häufig benutzt, die aber ihren Charme hat, ist diese Tilde-Notation. Und ich fange mal mit der an, denn die hat die einfachste mathematische Definition. Wir nennen zwei Funktionen f und g asymptotisch äquivalent mit so einem Tilde-Symbol dazwischen, wenn der Grenzwert von ihrem Quotienten genau 1 ist. Und das hier war so ein Beispiel. Diese lange Funktion und die 2n² sind asymptotisch äquivalent mit so einem Tilde-Symbol. Das heißt, wenn ich die durcheinander dividiere und große Werte einsetze, komme ich immer näher bei 1 raus. Etwas häufiger in der Informatik anzufinden ist diese Groß-O-Notation. Die ist ein bisschen weniger genau. Das Tilde hier verlangt sehr viel. Die Funktionen müssen, je mehr ich n größer mache, desto mehr geht der relative Fehler zwischen den beiden gegen 0. Bei der O-Notation reicht es uns, wenn der relative Fehler beschränkt ist. Formal, ich nehme wieder den Quotienten und Sie sehen das Muster, deswegen mag ich die Definition. Sie nehmen immer die Funktion vorne, teilen sie durch die Funktion in der Notation und schauen sich diesen Grenzwert an, diesen Quotienten an. Wenn dieser Quotient beschränkt ist, also eine andere Art, das zu schreiben, ist der Limes Superior ist endlich. Sie können einfach das Superior ignorieren, wenn Sie wollen und dafür großzügiger sein, falls der Grenzwert nicht existiert. Das ist eher so ein mathematisches Detail. Wenn der Quotient beschränkt ist, dann ist dieses F in Groß-O von G. Die anschauliche Version davon kommt gleich. Es gibt noch die Varianten Omega und Theta, das ist aber im Wesentlichen von O abgeleitet. Omega ist gerade das Umgekehrte. Wenn F in Omega von G ist, dann ist G in O von F, genau dann wenn. Genau, ja, also das IF mit zwei F steht für IF and ONLY IF, Deutsch genau dann wenn. Und man schreibt das manchmal dann auch so als diesen Doppelpfeil, also es ist aber die Implikationen in beide Richtungen. Das kommt so ein bisschen, ja, manchmal, das IF mit zwei F ist eigentlich auch eindeutig. Manchmal auf Deutsch kürzt man ab GDW, genau dann wenn. Ich weiß nicht, ob ich da ein festes Muster habe. Ich denke, ich benutze auch manchmal den Doppelpfeil. Genau, die Bedeutung auf jeden Fall ist das Gleiche. Also wir haben Omega als das Umgekehrte und wir haben Theta, wenn F in O und Omega ist. Sie kennen die Dinge, Sie haben wahrscheinlich eine andere Definition gesehen. Frage? Ja. Das absolut, ja. Wir werden auf jeden Fall Beispiele sehen, auch auf den nächsten Folien. Aber das ist vielleicht auch eine gute Sache, die man so in den Übungen nochmal thematisieren kann. Genau, also das ist definitiv nicht das Gleiche, aus sozusagen zwei Gründen. Einen Grund werden Sie auch gleich sehen. Das Letzte, was ich noch erwähnt haben möchte, ist die Klein-O- und Klein-Omega-Varianten. Das ist also, wenn O das Nichtstrikte ist, dann ist das das Strikte in gewissem Sinn. Auch da, die Definition ist immer die gleiche. Ich fange immer mit diesem Quotienten an, nur dass hier der Quotient gegen Null gehen muss, während er hier nur beschränkt sein muss. Also ich möchte die Definition einmal gelistet haben und im Zweifel ist das das, was gilt. An vieler Stelle können Sie sich aber mit einer Vereinfachung im Kopf behelfen. Das sind diese Bildchen, die man oft dafür malt. Groß O bedeutet eine obere Schranke. F ist höchstens, wächst höchstens so schnell wie G, aber mit zwei Einschränkungen. Die möchte ich ganz arg betonen. Einerseits ignorieren wir konstante Faktoren und zweitens schauen wir uns nur große N an. Also so ein bisschen könnte man sagen, das hier bedeutet F ist kleiner gleich G. Aber ich mache hier ganz viele Anführungszeichen dran, denn wie gesagt, das gilt nur unter diesen beiden Einschränkungen. Also ja, O ist sowas wie eine obere Schranke für G, G ist eine obere Schranke für F, aber mit den beiden Einschränkungen. Ähnliches gilt für das Theta. Da kann ich meine Funktion F einsperren zwischen G mit einer Konstante und G mit einer größeren Konstante. Es liegt also dazwischen, zwischen C1 mal G und C2 mal G. Das heißt, die Funktionen sind so in gewisser Weise gleich, die wachsen gleich schnell, aber wieder die gleichen beiden Einschränkungen. Ich ignoriere konstante Vorfaktoren und ich schaue mir nur große N an. Okay? Das Beispiel, was ich hier verlinkt habe, zeige ich Ihnen jetzt vielleicht nicht im Detail. Das soll einfach nur sagen, nur weil man auf einem endlichen Graph von den Funktionen das Gefühl hat, die eine wächst deutlich schneller, heißt das halt noch nichts. Da habe ich vor Urzeiten mal ein schönes Beispiel zu ausgegraben, wo man das schön sieht. Aber ich denke, das kennen Sie im Prinzip schon. Okay. Ich traue mich ja fast nicht, das zu fragen, aber einmal noch mal kurz gucken, ob Sie hier noch wach sind. Können wir auch wieder schnell machen. Vielen Dank. Ich zeige Ihnen mal die Ergebnisse. Also erstmal die reine Intuitionsversionen, wenn f o von g ist, heißt es so etwas wie f ist höchstens so groß wie g. Zwei Einschränkungen, konstante Faktoren ignoriert, und nur für große N. Trotzdem heißt es dann im Umkehrschluss, dass g größer ist als f. Konstante Faktoren ignoriert, und nur für große N. Das heißt aber im Wesentlichen, b ist richtig. Außer, dass man eventuell so eine Einschränkung braucht, damit die Aussage Sinn macht. Also so wie wir es definiert haben, mit Quotienten muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht durch 0 teile. Dementsprechend muss ich immer die Funktion, die in dem o-Term steht, die soll zu wenigstens nicht und unendlich oft 0 werden. Und wenn ich jetzt also hier f ist o von g, dann könnte f noch die 0-Funktion sein, oder so Quatsch. Aber mal von den Randfällen abgesehen, ist das hier die Antwort. So weit, so gut? Okay. Schauen wir uns ein, zwei Beispiele an, um sicherzugehen, dass wir erstens die Notationen haben, und zweitens, wie beweise ich das? Also hier sind ein paar Behauptungen. Schauen wir uns mal die erste an. Lange Funktion, Tilde, kurze Funktion. Also die sollen asymptotisch Äquivalent sein. Okay, jetzt könnte ich natürlich versuchen, die zu malen und irgendwie herzuleiten, aber der formale Beweis nimmt immer die Definition. Ich nehme die eine Funktion, schreibe die mal ab, ich teile es durch die andere Funktion, und dann muss ich den Grenzwert dafür nehmen für große N. Okay, das ist ein bisschen wenig Platz. Ich kriege sie auch hingequetscht. Also Grenzwert für N gegen unendlich von diesem Kupotienten. Jetzt sind wir wieder irgendwie in Analysis zurück. Eine Möglichkeit ist, wir spalten die Summe auf, ich mache jetzt ein Beispiel in Zeitlupe. Ich werde das aber nicht bei allen machen. Und dann sehen wir, hier können wir kürzen, das ist 1. Das heißt, da habe ich eine 1, weil der Grenzwert davon bleibt. Und hier habe ich N log N geteilt durch N hoch 3. Da kann ich 1 N kürzen. Und dann habe ich log N durch N Quadrat. Und noch die 10 davor. Und dann habe ich noch den hier. Da glauben Sie mir vielleicht, dass das hier gegen 0 geht, auch ohne weiteren Beweis. Da oben steht eine Konstante, das unten wächst immer größer, das ist dann irgendwann kleiner als jedes Epsilon. Und für so einen Grenzwert kann man entweder wissen, dass der Logarithmus langsamer wächst als N, insbesondere als N Quadrat. Wenn man es vergessen hat, dann rechnen wir jetzt den Grenzwert aus von zwei Funktionen, die beide gegen unendlich gehen. Also nehmen wir L'Hopital's Regel. Wie ging das gleich wieder? Unendlich durch unendlich heißt, ich muss oben und unten die Ableitung bilden. Und der Quotient der Ableitung ist dann der gleiche Grenzwert wie der Quotient der ursprünglichen Funktionen. Das ist also das gleiche, nur dieser Teil jetzt. Ableitung von LNN, deswegen habe ich den natürlichen Logarithmus da genommen, ist 1 durch N. Ableitung von N Quadrat, 2N, kriegen wir auch noch hin. Das heißt, das hier ist irgendwie so was, 1 durch 2N. Naja, den Limus vergessen, aber das geht gegen 0. Das heißt, der ganze Grenzwert von diesem hier ist 1. Und das war auch die Behauptung, dann sind die beiden Funktionen asymptotisch equivalent. Okay. Exzessives Detail, ja? Rein hypothetisch. Genau, also falls es in der Aufgabe explizit steht, beweisen Sie formal und das genau nur die Aufgabe wäre, dann müssten Sie das machen. Aber die Regel ist, dass wir eine Algorithmenvorlesung machen und das Spannendere sollen die Algorithmen bleiben und nicht Analysis. insofern ist das wenn, dann höchstens irgendwie so eine Randaufgabe. In der Regel würde ich Ihnen Log N durch N geht gegen 0 direkt glauben, aber Frage? 1 durch N durch 2N also ich muss quasi dieses N in den Nenner runterbringen. Also es ist die Klammerung, das ist 1 durch N und das Ergebnis durch 2N nicht nicht 1 durch N also ja vielleicht müsste ich hier noch uns deutlicher zimmern. Ja an der Stelle ist die Konstante Gott sei Dank egal oder fast denke ich so. Okay, das war also dieser erste Teil. Lassen Sie uns mal noch den hier machen. Wie würden wir zeigen, dass das auch in Theta von N hoch 3 ist? Das Schöne an der Definition, wie ich sie Ihnen gegeben habe, selbst wenn Sie einen formalen Beweis machen müssten, falls das irgendwo vorkäme, ist, es ist immer das Gleiche. Sie machen den Quotienten und schauen sich an, was passiert für große N. Und das haben wir ja hier gerade schon getan. Das heißt, das Grüne macht die gleiche Rechnung und dann kriege ich raus, der Quotient ist 1. 1 ist nach oben beschränkt, wenn ich N größer mache. Kommt ja gar nicht mehr vor. Also dass das hier kleiner als unendlich ist, zeigt schon das O von N hoch 3. Und für das Omega müssten Sie die Rückwärtsrichtung machen. Das heißt, wir würden den Kehrwert vom Bruch nehmen, von dem Quotienten. Aber wenn der Grenzwert hier 1 ist, ist der Kehrwert auch 1. Das heißt auch, ich schreibe es einmal noch auf. Das soll Limes heißen. Wenn ich den Bruch andersrum aufschreibe, ist der Grenzwert auch 1. Und auch das ist nach oben beschränkt. und damit hätten wir das Omega von N hoch 3 gezeigt. Das Rengenom hätte ich jetzt hier durch N hoch 3 und nicht durch 20 N hoch 3 teilen müssen. Dann wäre der Grenzwert ein Zwanzigstel beziehungsweise 20. Glauben Sie mir vielleicht so. Ähnliches Beispiel hier. würde ich die Rechnung uns jetzt ersparen. Wir teilen wieder die Funktion durch das hier innen. Dann muss man an der Stelle ein bisschen Logarithmengesetze noch kennen. Ansonsten ist es aber auch wieder einfach Grenzwerte ausrechnen. Also wenn Sie Grenzwerte ausrechnen können, können Sie auch O-Notation. Das ist das Angenehme an der Definition. Ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, dass Wolfram Alpha echt gut ist, um Grenzwerte auszurechnen. Nicht, dass Ihnen das in der Prüfung helfen würde, aber um sich zu überprüfen oder um einfach bei einer Übung auch zu wissen, was ist denn jetzt die richtige Antwort, ist es durchaus legitim, das zu verwenden. Also Wolfram Alpha kennen Sie. Ansonsten Hannes kann es vielleicht in den Übungen auch noch einmal vorführen. Da kann man im Prinzip einfach eintippen, Limit, dann die Funktion Sn2Inf und dann rechnet er für die meisten Funktionen den Grenzwert alleine aus. Okay. Machen wir noch einmal die Probe aufs Exempel. Nicht schlafen gehen. Ich wünsche am Ende gleich nicht allzu sehr hetzen muss, machen wir das nur kurz. Also das ist im Wesentlichen richtig. Wie würde man das formal beweisen? Nur um das noch einmal anzusprechen. Wir nehmen wieder unsere Funktion und teilen sie durch das hier. Das Ergebnis ist, das n Quadrat kürzt sich weg. Das heißt, was übrig bleibt, ist der Grenzwert von diesem Ding hier, Sinus von n, Betrag können wir uns eh sparen, plus 2. Der Grenzwert existiert nicht, weil Sinus schwankt und sich nie auf eine Zahl einigen wird. Aber trotzdem ist der kleiner als unendlich, wenn ich hier dieses Superior dazunehme. Also die, diese Folge für n gegen und endlich ist von oben beschränkt durch 3 und damit auch als, als Quotient beschränkt, wenn n größer wird. Und das reicht uns für Groß O und für die andere Richtung ist es nach unten beschränkt durch 1. Damit kriegen wir das Theta. Okay? Das ist ein Hinweis, weil Sie vorhin fragten, Tilde und Theta unterscheiden sich zum Beispiel darin, dass man bei Tilde immer exakt den Quotienten 1 kriegt. Das heißt, die Konstanten müssen übereinstimmen. Bei Theta gibt es vielleicht nicht mehr eine. Ja. Ja, das stimmt. Genau. Sollte ich nicht so aufschreiben. Sagen wir mal, das hier zeigt nur O von n Quadrat und für die untere Schranke brauche ich den Vimes Inferior. Ja. Okay. Ich habe Ihnen nochmal aufgeschrieben, was da so Rechenregeln für O gibt. Die kennen Sie, glaube ich, alle schon. Deswegen würde ich da nicht viel zu sagen. Erwähnenswert ist vielleicht das hier, weil Sie diese Tilde-Notation ist nicht ganz so gebräuchlich. Sie können sich überlegen, zwei Funktionen sind asymptotisch äquivalent, genau wenn ich die eine schreiben kann als die andere mal 1 und dann ein Fehlerterm, der gegen 0 geht. Mal 1 plus klein o von 1. Das andere, was vielleicht manchmal noch ein bisschen überraschend ist, bis man darüber nachdenkt, ist das letzte, wenn ich zwei Funktionen addiere und ich bin in der Theta-Klasse, ich ignoriere die Konstanten und es ist das gleiche wie das Maximum der beiden Funktionen zu nehmen, weil natürlich die Summe von den beiden Funktionen ist irgendwie, man kann das beides durcheinander beschränken, das Maximum ist nicht mehr als zweimal die größere. Ja, das stimmt, aber das macht keinen, das macht nicht den Beweis. Ja, die Summe ist höchstens zweimal das größere und die andere Richtung, naja, gut. Zweimal Faktor 2 reicht in beiden Fällen. Namen für typische Wachstumsraten kennen Sie wahrscheinlich auch schon, werden wir immer wieder mal in den Algorithmen sehen. Das sage ich Ihnen wahrscheinlich nichts Neues, was kann ich noch einmal vorheben, Logarithmus, dadurch, dass die sich umrechnen lassen, wenn die Basis konstant ist, in der Theta-Klasse kann ich die Basis vom Logarithmus weglassen, weil jede konstante Basis die gleiche Theta-Klasse ergibt, die unterscheiden sich mit nur einem konstanten Faktor. Kommen Sie aber nicht auf die Idee, dass das beim exponentiellen Wachstum bei der Basis auch so wäre, da ist es ganz und gar nicht so. Also 2 hoch n schlimm genug, aber 3 hoch n ist viel, viel schlimmer. Langsamer. Okay. Ich will noch einen Punkt machen, bevor Sie verschwinden. Das ist dieses letzte Beispiel zu asymptotischer Notation in einem konkreten Algorithmus. Es ist nicht so wichtig, was der tut, das ist am Ende ein Algorithmus, um x hoch m zu berechnen, wenn m eine ganze Zahl ist, und zwar effizienter als m-Multiplikation zu machen, oder m-1-Multiplikation. Im Prinzip benutzt man die binäre Darstellung von m und macht dann immer wieder Quadrieren und aufmultiplizieren. Worum es mir an der Stelle nur geht, nehmen wir mal an, wir wollen diesen Algorithmus analysieren und wir wollen zählen, wie viele Multiplikationen der macht. Multiplikationen macht er offensichtlich hier und hier, das heißt, wir haben zwei Stellen im Code, die wir zählen wollen, wie oft sie vorkommen. Und das habe ich hier schon gemacht, also die Anzahl Multiplikationen in Zeile 6 ist genau n, was war jetzt n? n war die Anzahl Bits in diesem Exponenten. Und das kommt einfach daher, dass ich die binäre Darstellung vom Exponenten hier berechne und dann für jedes Bit einmal diese Schleife durchlaufe. Das heißt, diese Zeile 6 habe ich so oft, wie ich Schleifendurchläufe habe, davon habe ich n Stück, wenn die Zahl n Bit lang ist. Das heißt, es gibt n Multiplikationen von dieser Zeile 6. Okay. Das war der Teil, der nicht viel nachdenken braucht. Jetzt gibt es noch diese andere Zeile. Die wird nur ausgeführt, wenn das Bit eine 1 ist. Das heißt, allgemein kann ich erstmal nicht viel mehr sagen, als was da steht. die Anzahl 1 in der Binärdarstellung von dem Exponenten m gibt mir an, wie oft ich diese Multiplikation hier machen muss. Das ist erstmal eine relativ wilde Funktion. Wenn ich das plotte für m, dann springt die wild hin und her. Ich kann sie aber beschränken, denn die Anzahl 1 in der Binärdarstellung ist mindestens 1 und höchstens alle, also n. Und damit weiß ich, ich könnte hier sogar ein Plus 1 noch dazu machen, aber es ist natürlich auch so wahr, diese Anzahl Multiplikation ist also zwischen n und 2n eingekesselt. Okay? Und da wir die Zeit haben, spare ich mir die Slider-Frage. Das Beste, was wir daraus ableiten können, ist eben eine Theta-Klasse. Wir können sagen, c ist in Theta von n, weil es ist von unten und von oben durch eine Konstante mal n beschränkt, aber ich kann an der Stelle keine Konstante finden, für die dieses Tilde gelten würde. Hier die blaue Funktion, das ist die echte Funktion, die echten Kosten, die ist von unten und oben beschränkt. Wenn das jetzt hier logarithmisch aussieht, dann ist das, weil ich jetzt hier auf der x-Achse m gemalt habe, die Zahl der Exponent und nicht die Länge in Bits. Die Funktion ist beschränkt von unten und oben durch eine schöne smoothe Funktion, log m, aber ich kann keine Konstante finden, sodass die Funktion tilde von irgendeine Konstante mal log m wäre. Da gibt es einfach keine Konstante, weil die so wild hin und her springt. Das ist noch schlimmer als der Sinus vorhin sozusagen. Trotzdem kann ich die Theta-Klasse angeben. Deswegen haben wir diesen Zoo an verschiedenen Notationen, die auch verschieden scharf oder verschieden detailliert sind, weil man manchmal halt nur gewisse Dinge zeigen kann und manchmal kann man es genauer angeben und um eine Sprache dafür zu haben, eben diesen Zoo an verschiedenen Notationen.